Ha! Erwischt! Loser! Oh nein! Warte auf! Lass mich los! Meine Zeit ist gekommen! Ciao, ciao! Wow! Das ist mein Retter! Das klingt nach einem Job für einen Helden! Tumtick! Wow! So hell! Autsch! Das ist heiß! Und komm bloß nicht zurück! Tumtick! Keine Sorge! Du bist jetzt frei! Oh! Danke, Supergirl! Psst! Spring einfach auf meinen Rücken! Lass uns fliegen! Wow! So hoch oben! Das ist der Hammer! Tumtick! Cool! Schön, dich zu sehen! Ich bin auch froh, Käpt'n! Also ich muss los! Tumtick! Also welcher Charakter bist du? Such dir einen aus! Wow! Wow! Ich würde gerne Superdelight sein! Eine gute Wahl! Das wirst du brauchen! Ein besonderer Apfel! Sei nicht schüchtern! Nimm ihn! So cool! Wow! Ist das ein Spiegel? Oh, was ist das? Cool! Jetzt folge dem Fall! Wo bin ich? Wo bin ich? Lass uns alles vorbereiten! Lecker! Genau so! Du musst die Neue sein! Ja! Hallo! Toll! Machen wir einen kurzen Test! Los geht's! Du kannst anfangen! Aber ich habe Angst! Ich will das nicht! Was? Na gut! Nimm die Waffe und schieß! Du musst nur deinen Apfel treffen! Okay! Ich werde es versuchen! Oh! Gut, dass ich schneller bin als eine sich drehende Kugel! Stell ihn nicht mehr an! Was? Enttäusche mich nicht! Schieß nach mal! Für oft ist so Gewalt! Wow! Was war das denn? Toller Schuss! Aha! Da! Danke! Jump chick! Oh! Du siehst gut aus! Wow! Das passt wirklich zu mir! Das war einfach! Oh! Ich muss los! Ist das der Ort? Lass mal sehen! Hey Mädchen! Warum hast du nicht Hallo gesagt? Verschwinde! Du willst Ärger? Ich werde dir Ärger machen! Nein, nicht! Oh! Stopp! Glaubst du, das hält mich auf? What? Hast du ein Problem? Was ist denn hier los? Wir unterhalten uns nur, Captain! Stimmt was nicht? Hör auf, die Leute zu belästigen! Jetzt reicht's! Du bekommst Ärger! Koste meine Quallen! Ah! Nein, nicht! Oh! Das ist meine Chance! Was? Ja! Ich hab ihn! Perfekt! Ich habe eine Idee! Jump chick! Loser? Wie kannst du's wagen? What? Schon wieder dieser Lärm! Was ist denn hier los? Spielst du wieder Theater? Komm mit mir! Auf Wiedersehen! Vielen Dank! Jederzeit! Ich habe etwas für dich! Super Delights Armbänder! Juhu! Das ist ja toll! Sie passen perfekt! Okay, ich muss los! Tschüss! Fall! Wohin jetzt? Wow! Los geht's! Ich kann's kaum erwarten, das auszuprobieren! Oh! What? Volle Kraft voraus! Lass uns Spaß haben! Halt, junge Dame! Wow! Oh nein! Ich muss sie aufhalten! Zeit zu gehen! Stop! Oh! Was soll ich tun? Zum Kick! Meine Augen! Halt! Ich werde blinken! Ah! Auch! Wo ist meine Brille? Wow! Ein schönes Make-up! Mein Kopf! Was soll das? Du hast alles ruiniert! Du hast Spaß, was? Was ist mit der Brille? Jetzt hast du es wirklich herausgefordert! Puh! Wo ist Harley? Du siehst ja nicht ähnlich! Ich weiß nicht einmal, wer das ist! Nun, in diesem Fall kannst du gehen! Aber ich muss zurückgeben, was gestohlen wurde! Vielen Dank für deine Hilfe! Mach ich! Schönen Tag noch! Oh, ich muss los! Los geht's! Sieht so aus, als ob ich hier wäre! Oh, ein freier Schreibtisch! Wolverines Waffen klauen! Kombiniere jetzt die anderen! Dann test! Oh wow! Ich hoffe, ich schaffe das! Er will uns wieder schlechte Noten geben! Hey, zeig mir die Antworten! Ich kann nichts sehen! Oh, ich habe eine Idee! Tschüss, Schick! Was war das? Nicht schlecht, was? Fang das! Oh! Ich hab's! Einfach perfekt! Hier, nimm es! Fantastisch! Ein genialer Plan! Wer war das? Sag es mir! Warst du es? Das wirst du bereuen! Was ist denn hier los? Oh nein! Nicht das! Ich habe eine Idee! Das könnte klappen! Freut euch! Oh! Habt ihr meine Shorts gesehen? Was? Gute Arbeit! Du bekommst eine Eins! Das ist so cool! Zu schick! Wow! Unglaublich! Also ich muss los! Komm schon! Was? Sie ist einfach gegangen? Sieht aus, als ob ich hier richtig bin! Danke! Das Interview ist vorbei! Bitte! Kann ich ein Autogramm von dir bekommen? Das ist Wonder Woman! Alles klar! Noch ein paar Bilder! Darf ich auch ein Foto machen? Hey! Weg da! Das ist mein Platz! Du darfst weitermachen! Ich liebe euch alle! Hey! Psst! Ich habe Kopfschmerzen! Vielleicht kannst du helfen? Was ist dein Problem? Siehst du nicht, dass ich mit meinen Fans beschäftigt bin? Oh! Ich dachte, sie würde mir helfen! Oh mein Kerl! Ich muss ihm helfen! So ist es gut! Komm her! Hm? Naja, okay! Keine Ahnung, wie es hierher kam! Also gut! Ich kriege das schon hin! Oh! Das sollte funktionieren! Wollen wir es versuchen? Wow! Ja! Los geht's! Zum Schick! Wow! Der Bleistift ist weg! Ich danke dir! Du bist mein Held! Kein Problem, Hübscher! Wow! Sie ist fantastisch! Oh! Ich glaube, das wird ihr gefallen! Jeder Held braucht einen Umhang! Komisch! Warum funktioniert das nicht? Und das ist dafür, dass du mich gerettet hast! Ah! Da haben wir es! Zum Schick! Wow! Das ist großartig! Danke! Hey! Was war das? Hey! Komm zurück! Sie ist nur eine Schwindlerin! Los geht's! Oh! Eine neue Heldin! Kann ich ein Autogramm von dir haben? Oh! So viel Aufmerksamkeit! Bitte unterschreibe! Du bist super, Delight! Ja! Sicher! Oh! Bist du? Ich muss jetzt wirklich gehen! Bis dann, meine Hübsche! Dieser Umhang ist nicht schlecht! Sieh an! Sieh an! Wen haben wir denn da? Wenn ich nur fliegen könnte! Verrate mich nicht! Zeit, ihr eine Lektion zu erteilen! Fangt sie! Oh nein! Ups! Wer war das? Uh! Sieht aus, als käme ich hier nicht mehr raus! Steck ich wirklich fest? Tumtick! Ich werde dir helfen! Danke! Das gibt's doch nicht! Wie ist die hierher gekommen? Zu langsam! Oh! Ich kann mich nicht bewegen! Ja! Wohlsei! Aua! Verfehlt! Oh nein! Lass mich helfen! Es ist so schwer! Ich kann es nicht bewegen! Was jetzt? Was ist das denn? Leute, helft mir etwas Kraft zu sammeln! Bitte like dieses Video, sonst kann ich Supergirl nicht mehr retten! Leute, bitte like das Video! Wir brauchen eure Hilfe! Oh! Warme Sting! Wow! Was für ein Energieschuh! Danke! Tumtick! Wow! Steh auf! Danke, Partnerin! Ich wüsste nicht, was ich ohne dich tun würde! Auf Wiedersehen! Zeit für die nächste Mission! Los geht's! Sieht aus, als hätte mich der Pfeil hierher geführt! Nicht schlapp machen, Neulinge! Hier ist eure nächste Mission! Kümmert euch um diesen Bösewicht! Hast du's? Gefällt dir das? Hm! Mach dich auf einen Kampf gefasst! Ich bin bereit! Wow! Du hast ihn wütend gemacht! Jetzt brauchen wir ein Opfer! Hilf mir! Ich bin in Gefahr! Was für eine Katastrophe! Ein Fremder ist in Schwierigkeiten! Was soll ich tun? Tumtick! Das macht es einfacher! Sieh zu und lerne! Durchhalten, Miss Flash! Perfekt! Jetzt bist du in Sicherheit! Danke! Fantastisch! Gut gemacht! Wow! Sie ist beeindruckend! Bin ich dran? Mach schon! Zeig, was du kannst! Noch einmal! Ah! Hilfe! Komm schon! Oh! Ich werde versuchen, zurückzuschlagen! Nein! Das kann ich nicht! Es muss einen anderen Weg geben! Das war's! Wer ist ein gutes Kätzchen? Miau! So schön! Perfekt! Du hast das Biest gezähnt! Oh! Ich helfe gerne! Ups! Tumtick! Wow! Was für ein cooles Schild! Du hast es dir verdient! Das ist perfekt! Lass uns weiter trainieren! Schon gut, schon gut! Toll! Los geht's! Tumtick! Wow! Wahnsinn! Sie macht das toll! Sie haben es nicht bemerkt! Zeit sich um sie zu kümmern! Die perfekte Gelegenheit, um die neue Waffe auszuprobieren! Hey! Flash! Sag Cheese! Und nun schnappt ihr den Nerd! Girl! Was für eine Show! Herr Lehrer, geht es Ihnen gut? Du kannst nicht entkommen! Mir entkommt keiner! Oh nein! Mit ihm stimmt etwas nicht! Sie steckst in Schwierigkeiten! Tumtick! Nein! Au! Sieht aus, als hätte er sich beruhigt! Ich muss los! Warte! Hä? Nicht das schon wieder! Ich lasse dich nicht gehen! Oh! Au! Tut mir leid, das ist deine Schuld! Ich! Oh! Perfekt! Und hier ist er! Jetzt bist du komplett unter meiner Kontrolle! Lass uns die Verbindung überprüfen! Es hat geklappt! Jetzt lass uns etwas Spaß haben! Lecker, lecker! Lecker, lecker! Bin ich zu spät? Was ist mit dem Kapitän los? Sie ist wieder da! Ich muss mich um sie kümmern! Schneller! Du bist in Schwierigkeiten! Lass dich bereit! Tumtick! Tumt! Ich habe dich gefunden! Oh nein! Trick! Rette dich! Ah! Mein Herz! Oh nein! Geht's dir gut? Ja, hier! Das ist für dich! Blumen? Für mich? Ich danke dir! Das werde ich dir nie verzeihen! Hehe! So witzig! Zeit, die Sache zu beenden! Mit dir werde ich fertig! Du hast keine Chance! Es reicht! Jump-Trick! Ah! Wow! Das sieht schmerzhaft aus! Oh! Mein Held! Wage es nicht, das noch einmal zu tun! Hast du verstanden? Warte, was ist das? Oh nein! Sie hat es rausgekriegt! Zeit zu rennen! Schneller! Das ist seltsam! Was ist gerade passiert? Unmöglich! Ich bin es nicht wert, Lehrer zu sein! Jetzt bist du der neue Lehrer! Bitte nimm die Ehre an! Na gut, ich bin dabei! Es tut mir so leid! Auf Wiedersehen! Zeit, mein neues Outfit anzuprobieren! Sieht toll aus! So viel gemütlicher! Ich kann es kaum erwarten, mit dem Unterricht anzufangen! Sieht toll aus! Das ist für dich! Oh, wie süß! Dankeschön! Sie sind wunderschön! Juhu! Sie hat sie gemacht! Warte! Ich habe sie gefunden! Willst du mich heiraten? Was? Natürlich, ja! Jetzt bin ich der glücklichste Mann der Welt! Oh, das ist so süß! Lass mich die Zeremonie übernehmen! Wollt ihr rechtmäßig verheiratet sein und in Freude und Leid zusammenleben? Ich will! Und du? Auf jeden Fall! Alles ist perfekt! Wer will Leckereien zum Tee? Wo ist meine liebe Frau? Oh, was ist denn mit deinem Apfel los? Das ist nicht richtig! Das ist alles nur wegen der Tyrannen! Kannst du das in Ordnung bringen? Hm, kein Problem! Tschuck, tschuck! Voila! Noch besser als der Alte! Hey, komm her! Natürlich, Oma! Ich habe alles repariert! Wow! So cool! Danke! Wo ist sie? Ich komme zurück! Wo gehst du hin? Ah! Was jetzt? Puh! Schatz, es ist so heiß! Kannst du mir Luft zufächeln? Ich? Na gut! Stöker! Sei nicht gierig! Es ist nur Luft! Na gut, du hast es so gewollt! Nimm alle Kraft zusammen! Zum Schick! Ernsthaft? Nicht einmal die Windmühle hat sich bewegt! Oh, genug! Ich bin müde! Wie langweilig! Ich mache es selbst! Was? Oh! Ich zeig's dir! Du weißt nicht, was Hitze ist! Jetzt die Heißluftpistole! Und zum Nachtisch! Heiße Suppe! Guten Appetit! Geht es nur mir so oder ist es noch heißer? Uff! Ich kriege keine Luft mehr! Oh! Ich bin ganz verschwitzt! Oma, was ist denn los? Oh! Hilf mir! Mach dir keine Sorgen! Ich werde dir helfen! Hier! Lass uns gehen, Oma! Hallo? Ja! So schnell wie möglich! Danke! Wow! Was für ein Ort! Hallo! Oh, du musst wegen mir hier sein! Ich habe dich schon erwartet! Hey, ganz ruhig! Ich gebe alles her! Danke! Ah! Warte mal! Lass mal sehen, was er mitgebracht hat! Hm, perfekt! Hier, Oma! Oh, nicht schlecht! Ich glaube, das schaffe ich schon! Braves Mädchen! Jetzt lass uns an meiner Weste arbeiten! Zeichne die Ränder nach! Sehr gut! Jetzt nimm die Schablone ab! Wow! So cool! Oh, das ist erst der Anfang! Jetzt müssen wir die Weste nähen! Los, Nähmaschine! Danke, Schatz! So, jetzt mache ich die Orbeest-Hüte auf! Haha! Schön schick! Fülle die Weste! Schau, wie toll sie ist! So weich und kühl! Wow, ist das schön! Beeil dich! Oh, cool! Ist es kalt! Großartig! Cool! Hallo, hallo! Hi! Oma und mir geht es gut! Okay, bye! Das ist großartig! Was? So ein Mist! So kann man doch nicht mit Dingen umgehen! Ha! Kurgummi! Genau das, was wir brauchen! Jetzt werden wir die Barb definitiv reparieren! Perfekt! Wir müssen nur noch den Kopf aufsetzen! Zum Schick! So gut wie neu! Wow! Nein! Ah! Ich habe sie gefangen! Ich könnte eine tolle Fußballspielerin sein! Sehr beeindruckend! Ich liebe es! Wer ist da? Oh, genau das, was ich gebraucht habe! Was für eine schöne Halskette! Kann ich sie haben? Ja, natürlich! Nimm sie! Sie gehört dir! Wunderbar! Warte! Was ist mit mir? Ich bin dein größter Fan! Gut, okay! Das ist für dich! Oh, jetzt bin ich das glücklichste Monster! Okay! Ich habe wichtigere Dinge zu tun! Zum Schick! Geschafft! Ah! Ciao, ciao! Auf Wiedersehen, mein Schatz! Na, hallo! Leute? Seht euch diesen Trick an! Mein Rücken juckt! Papa, du bist so witzig! Etwas steckt in meiner Nase! Oh! Ouch! Leute, ich habe eine Überraschung für euch! Ich peppe die Barb auf! Wow! So cool! Auf keinen Fall! Bitte! Gib sie mir! Davon habe ich mein ganzes Leben lang geträumt! Oh, nehm sie! Toll! Danke! Jetzt werde ich der coolste sein! Wow! So schnell! Tum-tick! Hm, mir geht's gut! Aber du nimmst sie besser zurück! Ich habe genug! Wo ist der erste Hilfekasten? Das war peinlich! Ich zeige es dir! Das Wichtigste ist, dass du dein Gleichgewicht hältst! Siehst du? Kann ich es jetzt versuchen? Ich weiß nicht! Vielleicht fangen wir mit etwas Kleinerem an! Okay! Okay! Tum-tick! Wow! Gut gemacht! Warte so! Das macht nicht wirklich Spaß! Oh, sieht aus, als wäre es jetzt meins! Wow! Lass uns loslegen! Wow! Das ist anders! Oh nein! Ah! Was war das? Oh, tut mir leid, Mama! Hauptsache allen geht's gut! So! Sieht so aus, als ob niemand hier ist! Oh nein! Genau das habe ich befürchtet! Was für ein riesiges Loch! Ich muss etwas tun! Ich werde versuchen, sie zu erreichen! Ah! Sie klemmt! Was ist denn da los? Na gut! Ich werde dir zeigen, wer hier der Boss ist! Ah! Komm schon! Wow! Das tat weh! Blöde Barb! Davon habe ich nicht die Kraft! Autsch! Oh! Vielleicht klappt das ja! Leute! Bitte like das Video! Nur so kann ich die Barb aus der Wand ziehen! Euer Like wird mir helfen! Lasst es uns gemeinsam tun! Oh! Ich kann das Ergebnis schon sehen! Lasst uns noch ein bisschen mehr Gas geben! Das ist echte Power! Jetzt werde ich mich schnell darum kümmern! Tum-tick! Genauso! Warte, was ist das? Oh! Diese Schurken! Ich liebe diesen Stuhl! Oh nein! Sie kommt zurück! Ich bin zu Hause! Puh! Gerade noch geschafft! Schneller! Ich muss mich verstecken! Perfekt! Hier wird sie mich nicht finden! Zeit, die alten Knochen zu strecken! Oh nein! Nichts ist so erfrischend wie Bewegung! Ausgezeichnet! Jetzt wird gediehnt! Oh nein! Zeit, meinen Nacken zu dehnen! Tum-tick! Was für ein Horror! Du guckst also? Das habe ich befürchtet! Du! Nicht das! Hey, wo ist sie hin? Ist es schon vorbei? Hörb ich dich! Oh! Kleiner Fiesling! Steh auf! Und jetzt raus mit dir! Bitte! Ich bin unschuldig! Auf keinen Fall! So leicht lasse ich dich nicht gehen! Was? Die Barb? Halt dich fest! Folge mir! Oh, meine Beine! Und was jetzt? Ich kann sie nicht erreichen! Kratze für mich! Was? Ich? Oh, na gut! Mach nicht schlapp! Okay, okay! Eklig! Oh, das tut so gut! Was? Endlich! Es ist vorbei! Ich lasse sie hier liegen! Jetzt wird es Zeit zu fliehen! Oma! Oh! Hallo! Hallo! Hast du Hunger? Das kriegen wir hin! Komm, Oma füttert dich! Juhu! Mittagessen! Lasst uns essen! Hier, guten Appetit! Dein Lieblingsmüsli! Mh, so lecker! Was? Du musst sehr hungrig sein! Ah! Was ist das? Oh! Baby, komm her! Hm! Du rufst mich? Ich komme ja schon! Hallo! Toll! Bleib hier! Fang es! Mh, lecker! Mh, mh, mh! Das ist nichts! Süße, bist du satt? Schau, es ist wieder da! Was ist hier los? Zeit, auch das loszuwerden! Oh! Danke, Oma! Das war lecker! Uff! Das war knapp! Gutes Mädchen! Und hier ist dein Nachtisch! Is! Oh! Versucht sie mich zu stapfen? Was ist das? Ein Erdweben? Was ist denn hier los? Oh nein! Ich bin ganz schmutzig! Schätzchen! Was ist das? Catnip? Komm wieder her! Ich fange dich auf! Oh! Ich kann dich nicht erreichen! Oma, hilf mir! Was ist denn hier los? Alles klar! Komm runter, kleiner Racker! Wow! Hallo, Mama! Hallo, mein Schatz! Wie geht's dir heute? Schatz, woher kommt der Fleck? Wir müssen ihn loswerden! Juhu! Danke, Mama! Gern geschehen! Und ich habe eine Überraschung für dich! Es ist deine! Oh, danke, Mama! Da passt alles rein, was du für die Schule brauchst! Danke! Mach's gut! Tschüss, Schatz! Und sei vorsichtig! Liebling, ich brauche etwas zu essen! Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen! Ich halte es nicht mehr aus! Mein Bauch tut weh! Armes Ding! Oh, ich habe eine Idee! Dr. Delight kann jede Krankheit heilen! Was sagst du dazu? Bist du bereit für eine Behandlung? Ja! Oh, nur keine Spritze! Warte! Ich muss erst etwas tun! Aha! Atme! Oh Mann! Nicht bewegen! Jimchick! Ich habe darum gebeten, keine Spritze zu bekommen! Schau mal, es geht mir schon besser! Ich kann sogar Liegestützen machen! Sieht aus, als hätte meine Behandlung gewirkt! Auf jeden Fall! Ich habe mich nie besser gefühlt! Wir müssen dir trotzdem noch die Spritze geben! Komm her! Ah! Nicht das! Es ist nur ein kleiner Stich! Ah! Autsch! So! Fertig! Und du hast dich erschreckt! Oh! Das tut weh! Also, wer ist hier? Ich glaube, ich habe eine Stimme gehört! Hier! Wo bist du, Kumpel? Die Stimme scheint von hier zu kommen! Nein! Verpricht dich! Wieder verfehlt! Er ist ganz in der Nähe! Vielleicht hier? Nein! Wo ist er denn? Sieh dir diesen süßen Kerl an! Miau! Komm her, Baby! Hab keine Angst! Ich passe auf dich auf! So ein gutes Kätzchen! Die Zeit vergeht wie im Flug! Oh! Dieses Kostüm ist so ungemittlich! Wow! Hallo! Oh! Also, ist es nur eine Fata Morgana? Schatz! Geht's dir gut? Ich will so schön sein wie du! Oh! Das ist einfach süße! Tschupschig! Ha! Geschafft! Hier ist alles, was du brauchst! Wow! So cool! Lass uns mit dem Schminken anfangen! Barb! Komm zu mir! Perfekt! Wir haben alles, was wir brauchen! Wow! Toll! Bist du bereit? Für was? Für ein magisches Makeover! Oh Mann! So cool! Ich liebe es! Perfekt! Jetzt lass uns ein paar Schnurrhaare aufmalen! Mit einer Schablone ist das viel einfacher! Toll! Wow! Danke Mama! Das steht dir! Schatz, kannst du helfen? Also gut! Teile mit mir, Huggy! Nicht schlecht! Jetzt lass uns an die Arbeit gehen! Perfekt! Fast fertig! Schön! Tschupschig! Cool! Wir haben eine Bürste! Papa wird sich darum kümmern! Lass uns ein paar Schatten hinzufügen! Tschupschig! Wow! Wahnsinn! Toll! Die erste Aufgabe ist erledigt! Gut gemacht, Familie! Ich gehe jetzt angeln! Warte! Nicht so schnell! Wir sind noch nicht fertig! Jetzt das Halsband! Was soll ich also tun? Oh! Ich habe eine Idee! Bob, mach dich an die Arbeit! Tschupschig! Das Angeln wurde ins Haus verlegt! Tschupschig! Mach mit! Wahnsinn! Hier bitte! Danke! Lass uns angeln! Wirf den Haken aus! Oh! Ich glaube, ich habe etwas gefangen! Cool! Du bist wirklich cool! Jetzt werde ich es versuchen! Oh! Schau, wie groß er ist! Du bist eine richtige Fischerin! Jetzt bin ich dran! Tschupschig! Eine Muschel! Wow! Zeig sie mir! Cool! Jetzt wollen wir mal sehen, was drin ist! Papa, da sind Perlen! Toll! Lass uns die Schnur nehmen! Ich glaube, ich weiß, was du vorhast! Du bist so schlau! Wir werden dir eine Halskette machen! Wie lange wird das dauern? Hier ist sie! Cool! Ist sie nicht wunderschön? Und wir werden den Mond für dich besorgen! Er wird perfekt zur Kette passen! Willst du sie anprobieren? Ich will! Sieht toll aus! Das tut sie wirklich! Schau! Mama hat alles markiert! Gut gemacht! Na na na! Was ist denn hier los? Oh, und wer ist das? Eine Inspektorin vom Sozialamt? Das ist inakzeptabel! Warum ist das so staubig hier? Schreib es in den Bericht! Oh, das gefällt mir nicht! In normalen Familien sehen die Kinder wie ihre Eltern aus! Was ist mit dir? Stimmt etwas nicht mit mir? Oh nein! Nehmt sie uns nicht weg! Du kommst mit! Bring unser Kind zurück! Bitte nimm alles, aber nicht unsere Tochter! Ich brauche euer Geld nicht! Bitte, Frau Inspektorin! Wir tun alles! Ich gebe sie nur gegen Likes zurück! Das ist der einzige Weg! Leute, bitte helft uns! Liked das Video, damit sie uns unsere Tochter zurückgeben! Wir flehen euch an! Leute, nur noch ein paar mehr! Lasst uns noch ein paar mehr Likes einsammeln! Gemeinsam können wir es schaffen! Schätzchen! Wir sind so froh, dass du wieder da bist! Oh nein! Ihr seid die Besten! Okay, ich bin soweit! Schätzchen! Hallo, Schatz! Das ist für dich! Oh, das ist so süß! Und was für ein herrlicher Duft! Und wie wäre es mit einem Kuss? Komm her! Oh, wir haben die Liste ganz vergessen! Das Baby hat immer noch kein Outfit! Wir müssen das in Ordnung bringen! Wir haben so ein Glück! Dieser Stoff ist perfekt! Cool! Tschutschig! Jetzt ist es fertig! Danke, Schatz! Ich glaube, sie wird es lieben! Es ist so süß! Habe ich mich umsonst so angestrengt? Vielleicht liebt sie mich nicht! Das war's! Oh, komm schon! Warum hast du das herumgeworfen? Jetzt räum es auf! Was für eine Nervensäge! Lass mal sehen! Oh, der Geburtstag des Babys ist bald! Wir müssen uns etwas einfallen lassen! Liebling! Schau! Ihr Geburtstag! Oh! Macht dir keine Sorgen! So staubig! Wir haben hier auf jeden Fall etwas! Ups! Ist es wirklich leer? Ups! Tut mir leid, Schatz! Hier! Kauf ein Geschenk! Okay! Und ich decke den Tisch! Ich glaube, das Baby wird es lieben! Liebling! Bist du wieder da? Schau, was ich gekauft habe! Und alles war im Angebot! Willst du mich verarschen? Vielleicht ist ein Geschenk kaufen sollen! Warum ist sie so wütend? Hallo! Ein Geschenk! Wow! Was ist denn das? Warte! Was ist los mit dir? Oh! Es bewegt sich! Interessant! Lass mal sehen! Ah! So ein Geschenk habe ich mir nicht vorgestellt! Schatz! Oh! Bitte nimm es runter von mir! Verheuge dich! Oh! Hallo Liebes! Hallo! Wir haben ein Geschenk für dich! Probier es an! Wow! So schön! Danke! Alles Gute zum Geburtstag, Sonnenschein! Alles Gute zum Geburtstag für dich! Wünsch dir was! Ich kann es nicht tun! Reg dich nicht auf! Ich finde schon einen Weg! Es tut mir so leid! Süße, ich glaube, ich habe es gefunden! Schau, ein Medikament, das dir helfen kann, gesund zu werden! Aber wir haben nicht genug Geld! Aber ich möchte so gerne frei atmen! Ich wünschte, es würde wahr werden! Schatz, wir haben noch ein Geschenk! Du hast recht! Das ist für dich, Schatz! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Interessant! Was ist da drin? Oh! Zeig mal her! Oh! Ich geht! Was ist das denn? Ah! Aber was für eine schöne Schleife! Darf ich sie behalten? Die steht dir so gut! Schatz! Was ist denn das? Mach auf! Ah! Was ist hier los? Woher kommt dieses Ganze durcheinander? Beruhige dich! Ich räume das schon auf! So viel Aufregung wegen ein paar Socken! Einfach furchtbar! Oh! Zum Wechseln! Nein! Schmeiß es weg sofort! Wie kannst du das sagen? Bitte tu das nicht! Sag auf Wiedersehen! Haha! Nein! Was? Ich hätte dich fast verloren! Oh! Übrigens, das Baby braucht Handschuhe! Ich habe einen wunderbaren Plan! Nur ein paar Schnitte! Was für ein Albtraum! So! Viel besser! Gefällt es dir? Wow! Du hast es geschafft! Das ist noch nicht alles! Tuschel! Ist das nicht schön? Es ist einfach unglaublich! Und du hast an mir gezweifelt! Haha! Die Handschuhe können wir abhacken! Und du kannst die Ohren machen! Komm schon! Sitz nicht einfach so da! Na gut, ich mache es! Oh! Es ist niemand da! Okay! Ich muss schnell alles finden! Wo ist das alles hin? Das verstehe ich nicht! Hey Doc! Hilfe! Hilfe! Was? Was ist los mit dir? Diese Ohren! Ich will große grüne Ohren! Die sind einfach perfekt! Genau das, was das Baby braucht! Setz dich! Hey! Mach dich bereit für die Operation! Nicht! Sie gehören fast mir! Lass los! Bitte! Ah! Wunderbar! Hey! Was ist los mit mir? Warte! Hast du das vergessen? Ich brauche Ohren! Keine Sorge! Schau was ich habe! Wow! Ich liebe es! Erstaunlich! Danke Doc! Sie passen perfekt zu dir! Geh nicht weg! Hilf mir mit dem Schwanz! Ich habe keine Zeit! Ich habe gerade Pause! Oh nein! Hey Welpe! Willst du einen Knochen? Fang ihn! Hey! Bleib weg von mir! Was ist los mit dir? Na hallo! Schatz! Du bist mein Held! Natürlich Schatz! Oh oh! Ah! Zu früh zum Feiern! Ja genau! Gell! Wie fühlt es sich jetzt an? Lass mal sehen, was mit dir los ist! Wow! Du bist ja voller Flöhe! Ich muss etwas tun! Dieses Gel sollte helfen! Oh! Das tut so gut! Danke Frau Doktor! Du bist unglaublich! Nimm das! Vielleicht wird es dir nützen! Wow! Das Baby wird es lieben! Ich danke dir! Lass mich dich umarmen! Uff! Was für ein Treffer! Was? Bleib weg von meiner Frau! So unhöflich! Schatz! Schau doch mal! Und lass dich nicht von mir erwischen! Hey! Kannst du mich sehen? Oh! Das ist eine neue Soße! Lass sie mich probieren! Nein! Das ist die Medizin für unser Baby! Trinke es nicht! Okay! Bitte sehr! Danke! Komm! Wir überraschen sie! Hallo! Sieh mal, was wir für dich gefunden haben! Die Ohren! Und Handschuhe! Cool! Vielen Dank! Kann es kaum erwarten, sie an dir zu sehen! Jetzt ist mein Set komplett! Wow! Herzlichen Glückwunsch! Und noch eine Überraschung! Schumschick! Ah! Bravesmädchen! Oh! Aber wir haben die Hausschuhe vergessen! Wir brauchen sie wirklich! Na gut! Mach dir keine Sorgen! Ich kümmere mich darum! Vielleicht kann ich sie hier finden? Mal sehen! In diesem Regal sollte es etwas geben! Mach schon! Hey! Kannst du es reparieren oder nicht? Es tut so weh! Okay! Gib mir deinen Schwanz! Barb! Schumschick! Perfekt! Jetzt müssen wir es einpacken! Fühlst du dich jetzt besser? Puh! Oh nein! Mein Streitkolben! Sei nicht böse! Du hast mir geholfen! Hier, nimm ihn! Danke! Er ist perfekt! Toll! Ich bin so glücklich! Du wirst es schaffen! Hm! Ich hätte nicht gedacht, dass sogar ein Streitkolben Heilung braucht! Ich weiß, wie man ihn repariert! Zeit für neue Patienten! Einen schönen Tag noch! Ihnen auch Misty Light! Puh! Ich habe es gerade noch geschafft! Hilfe Doktor! Sieht nach einem schweren Fall aus! Ich helfe dir beim Aufstehen! Danke! Kannst du laufen? Ja, ja! Mir geht's gut! Oh, ich verstehe dich! Ich habe das gleiche Problem! Bitte nein! Du machst mir Angst! Chumchick! Ouch! Das hat nicht geholfen! Dann lass uns das Rechenbild anschauen! Alles wird gut sein! Los geht's! Chumchick! Wenn du fertig bist, gib mir das Foto! Ist sie aus einem Zirkus geflohen? Kannst du aufhören, Germassen zu schneiden? Sei ernsthaft! Chumchick! Hoffentlich funktioniert es! Na und? Schau! Wow! Was für eine Kurve! Mach deinen Rücken gerade nicht krumm! Okay! Du kannst jetzt rauskommen! Wow! Das war neu! Aua! Mein Rücken tut immer noch weh! Bitte leg dich auf die Couch! Oh danke! Ich würde mich gerne hinlegen! Puh! Jetzt tief einatmen! Perfekt! Ich werde alles in Ordnung bringen! Oh, es ist so kompliziert! Zeit, Pomys Rücken zu reparieren! Ja! Hey! Was war das? Meine Behandlung! Lass uns die verspannten Muskeln entspannen! Ich habe immer davon geträumt, Tonerin zu werden! Wenn du fertig bist, wirst du so gut wie neu sein! Wow! Das ist unglaublich! Oh! Stimmt etwas nicht? Du brauchst ein Korsett! Dein Rücken hat sich einfach noch nicht daran gewöhnt! Oh! So ist es schon besser! Doc, du bist ein Wunder! Ich habe ein Geschenk für dich! Ich bin dir sehr dankbar! Noch eins, ja! Okay, Streitkolben, du bist bald wieder so gut wie neu! Wer hat noch Bleistifte? So lecker! Magst du Viehstuppels, Pralinen? Oh, wer ist das? Hallo! Ja, klar! Ich bin hier! Was ist los? Bitte rette mein Ei! Geh weg! Ah! Hilfe! Ah! Bitte Hilfe! Mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich darum! Ich bin sicher, das Pflaster wird reichen! Warte nur einen Moment! So! Viel besser! Und jetzt noch ein paar Federn! Zum Schick! Wow, das ist unglaublich! Und jetzt wollen wir dich auch noch überprüfen! Danke! Oh, es sieht so aus, als hättest du auch einen ziemlichen Schlag abbekommen! Kannst du das reparieren? Natürlich! Schau! Wow! Ich fühle mich wirklich besser! Meine Flügel sind so leicht, aber ich kann nicht fliegen! Lass uns versuchen, das zu reparieren! Ich habe definitiv etwas in meiner Medizintasche! Lass mal sehen! Hm! Halt dich fest, Baby! Fangen wir an! Willst du fliegen? Vielleicht versuchst du es jetzt? Wow! Gut gemacht! Oh, ich bin froh, dass es bei dir geklappt hat! Schüttel! Auf Wiedersehen, mein Vögelchen! Das Ei! Wie konnte sie es nur vergessen! Komm zurück! Was ist mit dem Baby? Komm runter! Oh nein! Ich beobachte dich erst einmal! Oh, es scheint sich zu bewegen! Ich frage mich, wer da drin ist! Was denkst du? Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Es schlüpft gleich! Wow! Wow! Das ist der Bleistift, der mir gefiltert! Bitte sehr, Baby! Gefällt er dir? Wer ist noch übrig? Oh, du willst zu mir? Hilfe, Doktor! Mein Bauch tut weh! Hm, interessant! Lasst uns ein Röntgenbild machen! Sieh dir das an! Dein Fall muss sofort behandelt werden! Schneller in den Operationssaal! Leg dich hin! Ich fühle mich so schläfrig! Hör ab damit! Fangen wir an! Das legen wir erst einmal beiseite! Bereit für die Operation! Machen wir einen Einschnitt! Oh, so viele Viren! Woher hat er das alles? Jetzt lass uns gesunde Zellen sortieren! Puh! Geschafft! Alles ist wieder an seinem Platz! Perfekt! Nur noch ein bisschen! Und fertig! Oh nein! Wir verlieren ihn! Wach auf, Catnip! Wir brauchen einen Schock! Schneller! Was? Es klappt! Nicht? Halte durch! Es gibt noch eine Chance! Leute, liked dieses Video! Wir können Catnip mit eurer Hilfe retten! Ich schaffe es nicht allein! Oh, lass es uns versuchen! Tumtick! Und nochmal! Wow, es hat geklappt! Ich danke euch sehr! Na, wie fühlst du dich? Steh auf! Viel besser! Doc, du bist fantastisch! Auf Wiedersehen! Oh, ich habe einen Anruf! Ja! Ja, natürlich! Ich bin schon auf dem Weg! Wer braucht Hilfe? Wow! Doktor, bitte hilf mir! Meine Karotte! Gib sie mir! Ich kann wegen des Ohrs nicht aufstehen! Na gut, ich werde dir jetzt helfen! Hier ist deine Karotte! Guten Appetit! Oh, ich bin dir so dankbar! Ich habe gerne geholfen! Mach's gut! Warte! Ja? Was? Vielleicht kannst du mir auch mit meinem Ohr helfen! Ah, richtig! Natürlich werde ich helfen! Mal schauen, was ich mitgebracht habe! Ich das! Oh, könnte nützlich sein! Diesmal aber nicht! Oh, ich hätte dich fast vergessen! Wie süß! Na gut, was gibt's sonst noch? Perfekt! Ein Größenreduzierender Blaster! Stellen wir ihn auf, dann können wir loslegen! Hoppy, bist du bereit? Bitte beeil dich! In Ordnung! Lächeln! Doc, ich zahle jedes Geld! Oh, ein Geldregen! Tupchick! Ah! Mein Ohr! Nun ist es zu klein! Es funktioniert nicht mehr! Mach es normal groß! Kein Problem! Tupchick! Juhu! So cool! Danke! Und hier ist deine Belohnung! Danke, Hoppy! Ich bin dir sehr dankbar! Wow, es ist also ein Bleistift! Toll! Der ist perfekt für meinen Streitkolben! Ich bin so glücklich! Hier hast du es, Baby! Oh, Freddy! Doch, dann nimm sie mir ab! Schneller! Ich halte es nicht mehr aus! Halt dich fest! Ah! Bleib weg von Freddy! Sei einfach vorsichtig! Ich hab eine gefangen! Noch einen! Nimm das! Wir haben es geschafft! Vielen Dank! Oh, sieht so aus, als ob es in mir stecken kann! Bleib! Lass mal sehen! Autsch! Mach dir keine Sorgen! Es tut so weh! Bitte beeil dich! Chica wird sich um dich kümmern! Leute, legt euch nicht mit Bienen an! Das kann gefährlich sein! Und jetzt lasst uns damit fertig werden! Nicht bewegen! Tupchick! Autsch! Das tut weh! Wir müssen nur das ganze Gift entfernen! Nur noch ein bisschen mehr! Geschafft! Und jetzt ein Pflaster drauf! Es wird bald heilen! Oh, wie süß! Doktor, du bist ein Wunder! Ich danke dir! Hilfe! Hey! Was in Stimme ist das? Lasst uns genau hinhören! Das ist komisch! Oh nein! Da ist jemand! Könnte es ein Kind sein? Wahnsinn! Ich glaube, wir müssen das Kind rausholen! Los, komm! Hey, Baby! Hilfe! Warte! Ich hole dich jetzt raus! Oh! Du hast es also, der mich gefressen hat! Brauchst du Hilfe? Danke! Hier ist etwas, weil du mich gerettet hast! Baby! Vielen Dank! Tschüss! Du siehst jetzt viel besser aus! Freddy? Warte, wo ist mein Kopf? Hallo! Was? Ich bin schon auf dem Weg! Also, wer braucht meine Hilfe? Loser! Hau ab! Hört auf, bitte! Los, raus hier! Hey! Was macht ihr da? Wir sind die coolsten Typen hier! Wir machen, was wir wollen! Dann mache ich auch, was ich will! Ah! Sie ist verrückt! Ich brauche nur Spender! Setzt euch! Ich habe Angst! Was wird sie mit uns machen? Oh, du wirst es herausfinden! Tümpel! Ah! Hilfe! Und es steht euch! Ihr seht toll aus! Bitte verzeih uns! Renn! Schnell! Wir sind noch nicht fertig! Werdet ihr weiterhin Ärger machen? Nein! Wir werden brav sein! Das ist großartig! Das ist für dich, Misty Light! Oh! Ich sehe, ihr werdet erwachsen! Ich danke dir! Misty Light, das werden wir nicht vergessen! Oh! Nein! Nicht! Auf Wiedersehen! Diese Fieslinge! Ich bin jetzt ganz nass! Das ist unmöglich! Sogar die Kappe ist innen drin nass! Na! Wenigstens habe ich den Bleistift! Was? Müsst dir leid! Bitte hilf mir! Oh! Du bist es! Natürlich helfe ich dir! Schauen wir uns deine Temperatur an! Oh! Keine Sorge! Nur drei Sekunden! Zeig mal her! Oh! Ich weiß, was dein Problem ist! Aber wir können es reparieren! Was meinst du? Das ist besser! Wo bist du? Du wirst keine Brille mehr brauchen! Mach deine Augen weit auf! Schon schick! Wow! So cool! Danke! Es ist zu früh, um sich zu freuen, Baby! Ich glaube, es ist Zeit für ein Makeover! Was sagst du? Ja, natürlich! Los geht's! Ich habe so viel Spaß mit dir! Wir sind bei der Frisur stehen geblieben! Mal sehen, wo können wir sie finden? Vielleicht hier? Hm! Falsche Tür! Diese hier? Oh! Beschäftigt! Ups! Tut mir leid, Baby! Das verpeilen nicht! Oh! Das ist Kissys Box! Sieh nur! Wow! Was für eine perfekte Perücke! Oh, ich dachte schon, wir würden das nicht schaffen! Warte, das ist noch nicht alles! Wir müssen sie noch ein bisschen verbessern! Ganz genau! Ich finde, es sieht toll aus! Geschafft! Jetzt lass es uns anprobieren! Wow! Das gefällt mir wirklich! Toll, dann können wir noch einen Punkt abhaken! Fertig! Du bist so ein kluges Mädchen! Pass auf! Nein, nicht so! Oh! Misty Light ist so cool! Schau, ich habe ein Geschenk für dich! Zeig es mir! Wahnsinn! Das ist so süß! Können wir etwas hinzufügen? Das ist so cool! Lass es uns hinzufügen! Ausgezeichnet! Ein bisschen Kleber und schon haben wir eine tolle Collage! Sieh dir diese Sticker an! Was meinst du? Oh! Nicht das! Nein! Meine Zeichnung! Tut mir leid, Baby! Es war ein Versehen! Mach dir keine Sorgen! Ich werde alles in Ordnung bringen! Ich habe eine Idee! Lächle! Jetzt werden wir wie Zwillinge sein! Ah! Das steht dir so gut! Magst du es? Natürlich! Und wir haben auch das Make-up gemacht! Noch ein Punkt erledigt! Ich glaube, wir können mit dem Streitkolben weitermachen! Ich hab's! Halt es mal kurz! Ich bin gleich wieder da! Bitte, lass mich in Ruhe! Ich habe dir nichts getan! Beweg dich nicht, sonst wird es noch schlimmer! Also, was ist hier los? Huggy? Diesmal schlage ich zu! Fünf! Ah! Warum? Es war's, Huggy! Du steckst in Schwierigkeiten! Ah! Ich habe noch mehr! Was? Das muss meine Einbildung gewesen sein! Wirf! Ah! Überraschung, Huggy! Ah! Tut mir leid! Ich werde es nicht wieder tun! Zu spät! Bitte! Nicht! Du wirst niemanden mehr verletzen! Ugh! Ah! So gruselig! Das wird er nicht vergessen! Oh, wovon habe ich gerade gesprochen? Wow! Ich glaube, das kann ich gebrauchen! Genau, das Baby braucht einen Streitkolben! Es fängt perfekt für die Basis zu sein! Und jetzt? Jimtick! Prächtig! Der Griff ist fertig! Jetzt brauchen wir die Stacheln! Weg mit den Federn! Das ist es, was wir brauchen! Wir teilen sie in zwei Hälften! Zum Tick! Wunderbar! Wir kleben sie mit einer Heißklebepistole zusammen! Zeig es uns! Das wird ja richtig toll! Jetzt der Rest! Höhe! Geschafft! Er ist genau wie meiner! Jetzt bin ich doppelt so gefährlich! Los! Hey Baby! Sieh mal, was ich dir mitgebracht habe! Es ist fast trocken! Oh, Misty Light! Hier, bitte sehr! Wow, was für ein cooler Streitkolben! Jetzt habe ich vor niemandem mehr Angst! Ich danke dir! Baby, sei vorsichtig! Du könntest dich verletzen! Warte! Aber... Sicherheit geht vor! Ein Helm? Jetzt habe ich auch einen Schutz! Das ist nicht genug! Das ist besser! Bereit für das Training? Pass auf den Streitkolben auf! Tschüss! Tschüss! Ein Bumerang-Streitkolben! Jetzt du! Ich hab's! Tschumtum-Chick! Baby, hör auf! Sogar ich habe Angst vor dir! Ein Schlag ist genug! Okay! Tschumt-Chick! Wow! Leg dich hin! Ah! Meine Rutsche! Was ist das? So stark! Ist jemand hier? Ah! Ich fange ihn! Hier! Wie geht heute das? Du hast definitiv Talent! Aber sei vorsichtig! Danke! Es ist alles gut, aber ich denke, wir sollten das Chaos aufräumen, das wir angerichtet haben! Oh! Ich bin so müde! Dann geh schlafen, Liebes! Puh! Das war knapp! Psst! Und ich räume auf! Oh je, so viel Staub! Patschi! Ich schlafe! Patschi! Patschi! Oh! So stark! Wir müssen nicht noch mehr Unordnung machen! Patschi! Patschi! Ah! Oh, was ist passiert? Geht's dir gut? Entschuldige, ich wollte dich nicht aufwecken! Da sind sie! Kuh! Leg dich hin! Riechst du das auf? Was ist das für ein Geruch? Oh! Oh nein! Nicht Catnap! Hab ich dich! Bleib weg von mir! Nö! Komm her! Mist dir leid, wachen sie auf! Leute, bitte like dieses Video, um Mist dir leid aufzuwecken! Glaube nicht, dass du mir entkommen kannst! Beeil dich wie in diesem Video, sonst fängt er mich noch! Zeit für dich in den Sack zu gehen! Wow! Leute, bitte noch mehr Klicks, ich bitte euch! Nicht das! Es wird Zeit, hier zu verschwinden! Hey, halt! Wo ist er hin? Da! Er ist da lang gelaufen! Das war's, du steckst in Schwierigkeiten! Warte auf mich! Hast du wieder deine alten Tricks auf Lager? Fang den Ball! Wovor hast du Angst? Komm schon los! Bitte nicht! Ich habe Angst! Entspann dich! Drei Punkte! Aua! Es ist witzig! Oh, ich kann einfach nicht! Na na na! Ah! Wir haben doch nur gespielt! Na hallo! Lass uns mitspielen! Okay! Oh, schau zu und lerne! Ich bin ein Meister im Dribbeln! Ich werde dir einen Vorsprung verschaffen! Ah! Okay! Wow! 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 Du hast ihn verfehlt! Verliebt! Loser! Gar nicht so cool, was? Das ist nicht fair! Lacht nicht! Du hast gewonnen! Was für ein Fiesling! Ich danke dir so sehr! Wie kann ich zeigen, wie dankbar ich bin? Oh, willst du ein Oberteil? Nimm es! Danke! Du hast mir auch geholfen! Kein Problem! Mach's gut! Baby! Wo bist du? Ich glaube, sie wird sehr glücklich sein! Hallo! Oh, ich hatte schon Angst! Schau mal, was ich habe! So cool! Es ist ein Top genau wie deins! Aber jetzt gehört es dir! Cool! Lass es uns von der Liste abhaken! Erledigt! Hm! Lasst uns essen! Ich komme! Oh! Guten Appetit! Du auch! Ups! Sieht aus, als hätten wir ein kleines Chaos angerichtet! Wir müssen das aufräumen! Warte! Was soll ich tun? Ich hab's! Manneke, folge mir! Perfekt! Jetzt ist es ein Rock mit einem originellen Muster! Was hat sie vor? Hm? Jetzt machen wir einen Tupfenrock genau wie meinen! Ein bisschen Farbe und du bist eine Modekönigin! Haha! So! Nur noch ein bisschen mehr! Interessant! Baby, sieh dir nur diese Schönheit an! Willst du es anprobieren? Es ist genau deine Größe! Probier es an! Wow! Bist du leid? Sie sind fantastisch! Ich danke ihnen vielmals! Nun steht der Rock auf der Liste! Was fehlt noch? Eine Schleife! Schaffst du das? Ich habe den Stoff gefunden! Das ist toll! Ich komme wieder! Und dann habe ich es ihr gezeigt! Bim! Wow! Das ist schon was! Lass uns die Finger der Nerz zusammenkleben! Aber warte! Ich habe noch eine bessere Idee! Haha! Hey! Beeil dich! Da kommt jemand! Lauf! Moment mal! Wo ist die Schleife? Sieh dir das an! Das ist Misty Light! Ich erinnere mich, dass ich eine Ersatzschleife hatte! Vielleicht hier! Haha! Sie geht zum verklebten Spinnen! Hier! Ah! Wer hat das getan? Los! Lass den Kleber! Ja! Endlich haben wir sie erwischt! Wow! Der Streifkolben! Nimm ihn! Hey! Warum ist das so schwer? Ich kann ihn nicht heben! Worauf wartest du noch? Hilfst du mir vielleicht? Klar! Los geht's! Haha! So naiv! Das hat funktioniert! Mach weiter so! Und jetzt mach es! Ich kann nicht! Ui! Tut mir leid! Das ist der Streifkolben! So unangenehm! Bist du überhaupt noch am Leben? Ich kann es nicht kontrollieren! Au! Träumt sie es, Leute! Ah! Bleib weg von meinem Streitkolben! Ciao, ciao! Schätzchen! Ich bin wieder da! Schau! Ich habe eine Krawatte gemacht! Wow! Du bist so schlau! Oh, das steht dir! Lass es uns abhaken! Ich bin bereit! Fertig! Wow! Du bist stark! Wow! Das ist an der Zeit, dir die Hauptsache beizubringen! Den Zombie-Walk! Wow! Lass es uns versinken! Ich erkläre dir alles! Du nimmst etwas Schweres, streckst die Arme aus und ziehst dich direkt hinterher! Verstanden? Etwa so? Nein, nicht so! Halte deine Arme gerade! Okay, ist das besser? Nö! Zu glatt! Wie dann? Ich habe es! Mit Gewichten geht es leichter! Sie ziehen dich! Oh je! Versuche es! Ah! Oh! Scheint hoffnungslos zu sein! Ja, das kann ich auch! Nein, das brauchst du nicht zu wiederholen! Wiederhole den Ausdruck! So? Erstaunlich! Du bist so schlau! Sehr gut! Du hast dir ein Häkchen verdient! 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 Bis zum nächsten Mal.